So. Und dann brauchen wir noch Elektromagneten. Die haben wir hier. Die hätten wir hier, wenn hier das blöde Windkraftwerk nicht wäre. Dann könnten wir die hier schön splittern. Apropos Splitter. Den müssen wir erst bauen. Ah, falsches Menü, falsches Menü. Hier, Splitter. Bauen wir gleich ein paar. Ich habe so das Gefühl, dass wir das noch mehr brauchen. Ja. Ja. Da ist er. Das Splitter. Mal rin. Einmal raus. Rundherum. Hier, da gehen wir ein Level hoch. Ja, schön. Da gehen wir jetzt wieder ein Level runter. Der Mech geht aus dem Weg. Ja, schön. Der Blechkopf. Der Blech Mech. Wenn es weiter hinten wäre schön. Ja, geht es auch. Obwohl. Nee. Oder? Doch. Ja, ich weiß nicht. Nein, doch. Vielleicht. Vielleicht ist es gar nicht so gut, was ich da gemacht habe. Komm. Egal. Das sind die Anfänge. Alle Anfangen ist schwer. Meiner ist noch schwerer. Ich habe schon wieder kein Zeug hier. Oh, das ist Grafit. Genau. Da war ja was. Jetzt kann die Forschung durchlaufen. Wir brauchen noch Holz. Holz, 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 Holz. Und. So, der Wanderfloh. Der macht jetzt folgendes. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Und dann brauchen wir noch ein Output. Den machen wir hier rauf. Woran scheitert es jetzt? Warum kriegen wir kein Material? Ja, weil da hinten der Splitter noch nichts gebaut ist. Noch nichts gebaut. Da gibt es irgendwo ein Charge Tower. Da laden wir uns auf. Das nicht ewig dauern muss. Dann werden jetzt Motoren produziert. Ja. Ist gut. Bis jetzt sieht es besser aus, als ich dachte. Jetzt ist er ein Bänderwahnsinn. Circuit Level. Nice. Ja. Keine Forschung, oder? Was heißt das für uns? Sind die ganze blaue Forschung jetzt durch? Ja. Anscheinend. Ne, da ist noch was. Aktivieren. Warum ist das hier so epileptisch? Warum? Ja, weil die Strom. Weil die Strom. Ha. Weil zu wenig Strom da ist. Sehe ich das richtig, aber richtig schön Forschung vorgelegt. Wird hier auch ausgehändigt. Ja, das Problem ist wirklich, wenn ich mit dem Mäschchen in die Nähe komme, dann lädt er halt zuerst den Mäschchen auf. Zieht er mal 200 Megajoule weg. So. Ah. Plasma. Lass mal das Plasma. Baut mal bestimmt hier drin. In den. Ne. Zuerst machen wir mal Zentrallager. Das hatten wir als erstes vor. Zentrallager. Wird gebaut. Eisen, 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 Eisen. Eisen, gib mir Eisen. So. Komm mal 10 Stück. Ist du rage? Die Frage ist, wie lagern wir das am besten? Lagern wir immer zwei Sachen in ein Band? Ah, in ein Lager? Ne. Ist ja hässlich. Das wäre ja dann hässlich. Komm. Der muss auch weg. Das ist auch hässlich. Komm. Komm, wir haben mal zwei nebeneinander. Fertig. Komm. Komm. Kann man eigentlich mit dem Band direkt ins Lager fahren? Warum nicht? Naja. Schade. Kann man raus haben, Mechi. Jetzt haben wir keine mehr. Jetzt brauchen wir Eisen. Komm, die verschieben wir dann noch. Ups. Sorry. Kurz kollidiert. mit meinem Mikrofon. Ach, man sieht da sogar, was drin liegt. Ja, schön. Schön, 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 schön. So, die Armen. Die Armen, Arme. Die Ärmsten. Dann die Storages. Dann die Storages. Sieht gut aus. Nehmen wir das hier. Da kommt das hier. Da kommt das hier. Da kommt dann wieder das hier. Da kommt dann wieder das hier. Das ist das Band zu kurz. Ja. Ja. Die. Ja. hier rein und dann machen wir das hier rein ich glaube ich rede einfach viel zu wenig bei so einem Let's Play ich muss mich erst mal angewöhnen hier ein Aufbau spielen ich habe ja keine Handlung oder so auf die ich eingehen kann ist das richtig so? Ja tut mir leid, falls es ein bisschen langweilig ist schreibt es mir mal in die Kommentare ich versuche das ja auch irgendwie umzusetzen was hier da rein schreibt vielleicht kann ich das ein bisschen zusammenschneiden ich weiß noch nicht genau, wie ich mache jedenfalls ja jetzt kommen dann ja auch wieder andere Videos nur hier, ich dachte mal zwischendurch es wäre ganz angenehm ganz entspannt ein bisschen was konstruktives zu machen nicht immer nur zum Morden so und jetzt brauchen wir ein neues Power Grid damit wir das alles versorgen können und da habe ich anscheinend einen Fehler gemacht oder? nee habe mich getäuscht boah ich dachte gerade ich bin hier asymmetrisch das wäre nix Symmetrie ist wichtig so na wieso habe ich jetzt das hier gebaut? ach das wäre das Stahlband genau den wollte ich ja versetzen wenn mir das so noch nicht gefällt wollte ich hier rüber setzen genau da muss der Arm nicht so weit fahren aber ich habe keine Arme mehr ämpchen ämpchen komm so 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 die Grundversorgung steht das Zentrallager das lasse ich jetzt die ganze Nacht laufen und dann habe ich nee ähm warum kommt da nix rein? ach weil das Silikat ist da kommt sowieso nix durch gut nun gut nun gut gibt es hier noch Plastik das brauche ich für die Forschung hallo nicht safen er sagt es mir nicht ach so weil ich die vordere noch nicht habe doch habe ich doch brauche ich das alles? hä? schräg hier steht es da ach da thank you ok da ja die rote Forschung muss man erforschen ist klar sonst wird da nix erforscht was ist denn das? Photonen aha ja boah viel zu viel Zeug gucken wir das Early Access ne guck mal wie viel wahnsinn hier muss ich erst mal ein neues Level erreichen oder wie? was? boah ich dachte gerade den 36k gelesen dachte ich 36.000 von dem Zeug hier ja aber ich würde sagen das ist ein guter Moment um das alles abzuschließen fürs Erste kommt mal rüber zum Aufladestation ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat schreibt es in die Kommentare lasst ein Like da dann kommen mehr von solchen Videos ansonsten sehe ich es eh werde ich mich an andere Spiele halten je nachdem wer das jetzt von euch aufgefasst wird das ist ein kleines Experiment auf dem Kanal wenn euch sowas gefällt wie gesagt lasst einen Daumen da schreibt mir in die Kommentare oder abonniert wenn ihr noch nicht abonniert habt oder lasst mich anderweitig wissen dass ihr solchen Contest haben wollt oder halt nicht wollt könnt ihr auch mal gerne einen negativen Daumen nach unten geben quasi wäre mir auch egal äh Hauptsache ich habe irgendwie die Information was ich hier machen kann soll tun soll muss ja gut ja damit wäre alles gesagt ich würde sagen sehen uns was ich würde sagen